herzlich willkommen squad battle rewards opening knapp gereicht wieder mal für elite 1 nicht so viel gespielt aber zwei seltene megapacks und 30.000 münzen sind am start wir machen wieder ein video für euch und damit ihr auf facebook und youtube nichts verpasst und weekend league noch mal vielen dank für den krassen stream wir waren in der spitze bei über 500 zuschauern vielen vielen dank an alle die dabei waren für den tollen support für die subs und für die vielen sterne und auch vor allem an die die so lange ausgehalten haben bis dann endlich der 14 sieg da war war ja diesmal nicht ganz so einfach aber wir haben es geschafft so wir gehen rein in die packs und zwar haben wir die vorbesteller packs die waren ja letzte woche besser als die reward packs und zwei seltene mega wir fangen seltene vorbesteller nummer uno auf jetz und denkt natürlich immer dran in die kommentare unbedingt eure highlights rein schreiben vielen dank dafür ja nun kein walkout wer non walkout auch nicht schlecht mr russillon von wolfsburg wolfsburg ist am start glattwachttrikot und ich sitze eigentlich nicht aber einfach verkauft so seltene goldbesteller das seltene goldbesteller packt nummer zwei mehr kein walkout und in bord brasilien z m china polinio beliebt in kombination mit taliska und hier ist der andere xero oder so zack 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 okay das waren die vorbesteller packs hat sich wieder richtig gelohnt wir gehen ins seltene mega nummer eins und 321 go jetzt mal mal irgendwie was wieder kein walkout portugal torwart hat sich wieder richtig gelohnt hat sich wieder richtig gelohnt noch was hinter abraham jahre ein toro in erstbesitz auf ehre ja was eigentlich heute für promopacks weltenes spieler pack zehn stück ja 150k kämpel war ja heute echten wir könnten jetzt mal ein kämpel ziehen der hat mir heute echt über den gegnern sehr imponieren zweimal richtig heftig seltene mega letzte geht an den start jetzt irgendwas passiges komm wieder kein walkout brasilien z m noch mal wieder china na super ja auch diese woche hat sich dann battles war es wieder richtig gelohnt und ja okay ein bisschen was bleibt immer hängen ihr wisst ja schreibt in die kommentare was bei euch drin war vielleicht hattet ihr etwas mehr glück ansonsten sehen wir uns donnerstag zu den follower und sub games und ja wie kann liegt rewards dann auch wieder am donnerstag auf facebook und youtube lasst noch ein like bei youtube da falls noch nicht passiert also kommt gut in die woche und danke fürs reinschalten zuschauen wie auch immer noch mal vielen vielen dank für den krassen stream heute also ciao ciao